Vor drei Jahren erlitt ich eine Querschnittslähmung, als ich mit meiner Frau Fahrrad fuhr. Ich wurde von einem Auto angefahren und erlitt Halswirbelbrüche an fünf Stellen sowie zwei Bandscheibenbrüche. Ich verbrachte lange Zeit im Krankenhaus, insgesamt sieben Monate bei völliger Bettruhe. Nachdem ich aus dem Krankenhaus entlassen war, machte ich mich auf die Suche nach Möglichkeiten für Training und Reha. Ich suchte viel im Internet und es war mir klar, dass ein Scooter mir überhaupt nicht helfen würde. Dann stieg ich auf das Easy-Lex Pro von Berkel Bike und fand, dass es gut aussah. Ich nahm Kontakt mit dem Händler in Großbritannien auf, Paul Moore von Active Links. Er vermittelte mich an Billy Woods für ein Treffen. Billy kam zu mir nach Hause und führte das Easy-Lex Pro vor. Ich probierte es aus und fand, dass es genau das ist, was ich suchte. Dieses Berkel Bike ist sehr angenehm, denn man kann es genau entsprechend seinen Bedürfnissen anpassen. Je nach der Erkrankung. Ich verliebte mich sofort. Das Easy-Lex ist ein fantastisches Produkt. Man kann es leicht benutzen. Ich entschied mich für die elektrische Tretunterstützung, weil ich nicht sicher war, wie gut ich es alleine schaffen würde. Aber inzwischen habe ich gemerkt, dass ich durch das Training mit Easy-Lex Pro meine Beine besser gebrauchen und auch besser laufen kann. Ich kann jetzt bis zu 1,6 Kilometer laufen, ohne Hilfe. Es ist sehr einfach zu gebrauchen. Es steht in unserer Garage. Meine Frau nimmt es im Nu auseinander und wir nehmen das Bike im Auto mit. Dadurch hat sich unser Aktionsradius wesentlich erweitert. Alternativen, die wir uns angesehen hatten, waren alle zu sperrig und zu schwer. Meine Frau kann das Bike ohne Probleme ins Auto heben und es am Zielort im Nu wieder zusammensetzen. Mein Mann und ich sind früher viel zusammen Fahrrad gefahren, vor seinem Unfall. Danach war er sehr enttäuscht, weil wir uns eingeschränkt fühlten. Jetzt mit dem Dreirad können wir wieder normale Dinge zusammentun. Er nimmt sein Easy-Lex, ich nehme mein Fahrrad. Es ist wie in alten Zeiten. Wir fahren gerne am Meer entlang oder auf dem neuen Radweg durch den Wald. Wir sind immer auf der Suche nach neuen Stellen, die wir besuchen können und so mehr Rad fahren. Es ist fantastisch. Für uns ist es ein neues Leben. Wir fühlen uns wieder normal. Früher, nach Joffs Unfall, nahmen wir für ihn den Rollstuhl, wenn es um größere Strecken ging. Er kann zwar gehen, aber das beschränkt sich auf kurze Strecken. Aber jetzt mit dem Dreirad fahren wir los und fühlen uns wieder normal. Joff fährt munter voraus und ich muss mich oft anstrengen, um mit ihm Schritt zu halten. Wir fühlen uns hier durch so viel besser. Einfach wie ein normales Ehepaar zusammen ausgehen. Es ist einfach fantastisch. Das gefällt uns sehr. Ich würde jedem sagen, der eine ähnliche Erkrankung wie ich hat und sich mehr bewegen möchte, versuchen Sie das Easy-Lex Pro. Die Rehabilitation, die ich erlebt habe, ist wirklich erstaunlich. Und das durch so etwas Einfaches wie auf einem Dreirad zu fahren. Mein Gott, ein wundervolles Produkt.